In der letzten Folge sind wir hergegangen, wir haben das Rätsel um die Grotte gelöst, ja, haben wir, und wir haben die Kugel der Macht bekommen. Richtig cool. So, heute geht's darum, dass wir mal die Aufgabe mit Micky abschließen, und zwar geht es da nämlich um das Picknick. Da brauchen wir nämlich zweimal Fischbrötchen und, äh, 5 Euro Rohkost, aha. So, und das wollen wir nämlich jetzt heute machen, und damit erstmal, hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge hier mit Dreamlight Rally von Disney. Wir starten direkt in die Folge. Micky, mein Freund, du musst aber erstmal ganz kurz warten, ja, weil hier sind schon wieder diese bescheuerten Nachttouren, die müssen erstmal wieder weg, ja. Das verschandelt nämlich die Landschaft, das können wir so nicht lassen, ja, das können wir so nicht lassen. Boah, pass mal auf, die tue ich nämlich mal ganz schnell hier weg, ja, damit es hier wieder hübsch, hübsch aussieht. Hübsch, hübsch, genau, ja, so, das hier auch weg, cool, so, seht ihr, wir kriegen jetzt sogar wieder Kohle, Kohle zum Kochen, ja. So, okay, das sieht gut aus, sehr schön, seht ihr, haben wir das schon mal alles hier entsorgt. So, Micky, kommst du mit? Gehen wir mal kochen, ja. Micky, wir gehen mal kochen. So, ähm, für die Leute, die sich jetzt gleich wundern werden, ich hab natürlich mal ein bisschen Rücksprache mit Wölfie gehalten, weil Wölfie, Wölfie ist schon viel, viel weiter als ich, ja. Weil so Sachen, wo ich nicht durchblicke, da, da hilft sie mir manchmal so ein kleines bisschen. So, wollen wir mal hergehen, wollen wir jetzt mal nett kochen gehen hier, richtig nett kochen. Hier, guck, da ist Micky, er steht jetzt im Hintergrund, er passt jetzt ganz genau auf, was wir hier treiben. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen auf jeden Fall Weizen, ja. Und was habe ich hier? Einen Hering. So, schmeißen wir jetzt rein, hier, kochen. Und dann haben wir hier ein schönes Fischbrötchen, jawohl, das läuft. So, dasselbe müssen wir jetzt nochmal machen, ja. Also, nochmal hier, Weizen, nochmal ein Hering und zack, bumm, siehst du da, haben wir jetzt zwei Fischbrötchen. Cool. So, haben wir die erste Sache schon mal abgeschlossen. Jetzt brauchen wir aber noch Rohkost, ja. Rohkost reicht es, wenn wir einfach Karotte reinschmeißen und kriegen wir Rohkost raus. Da, Rohkost. Yay, cool. Haben wir, haben wir. So, brauchen wir jetzt noch viermal. So, haben wir auch, sehr schön. Jetzt noch dreimal. So. Jetzt noch zweimal. So, es läuft doch. Es läuft doch wie am Schnürchen hier. So, zack. Yay, cool. Und dann müssen wir fertig sein. Ja, so, hier. Okidoki und reden. Ja, hier, möchtest du dies weitergeben, aber sowas von. Dankeschön. Ha, es läuft. Es läuft. So, guck mal, Micky. Micky. Wow, seht ihr das ganze Essen an? Folge mir zum Picknickplatz. Ich habe einen perfekten Platz auf der friedlichen Wiese gefunden. Jawohl. Okay. Mini wird vermisst. Folge Micky zum Picknickplatz auf der friedlichen Wiese. Okay. Alles klar. Müssen wir erstmal rausgehen, ne? Müssen wir erstmal rausgehen. So, hier. Micky. Micky. Geh, geh du vor. Du gehst vor. Ich komme hinterher, ja? Guck mal. Er tanzt durch die Gegend. Er tanzt durch die Gegend. So. Und jetzt? Micky. Folge Micky zum Picknickplatz auf der friedlichen Wiese. Ich bin da. Und du? Hallo. Ähm, ja? Und wo ist jetzt das mit dem Picknickplatz? Ha? Bis ganz bald. Ähm. Äh. Micky? Micky? Hallo? Micky? Wo gehen wir denn jetzt hin? Ha? So, Wolfi musste mir leider gerade jetzt nochmal ein bisschen helfen. Ja. Weil Micky einfach nicht, ähm, Dingsen. Hier. Dingsbums. Bumsdings. Ah, hier war wieder Geister-Mini gewesen. Da war wieder Geister-Mini. Okay, alles klar. Weil, äh, Wolfi hat mir gerade den Tipp gegeben. Geh mal gerade in irgendein Gebäude. Ich bin dann gerade mal in Merlins Haus gegangen. Wieder rausgegangen. Und dann war dieser Fehler gefixt. So. Jetzt aber hier. Oh, ich glaube, Mini würde das lieben. Den Himmel. Das Gras. Dieses Picknick hätte ihr sicher gefallen. Und ich bin mir sicher, dass sie dich gerne als Freund hätte. Ach, sie fehlt mir. Micky? Ich glaube, da passiert etwas. Oh. Wow. Das ist Mini. War sie das wirklich? Wo ist sie? Warte. Merlin und ich haben so etwas schon einmal gesehen. Doktendo. Mini ist nicht verschwunden. Was ist los? Es muss das Vergessen sein. Es sind nicht nur Erinnerungen, die verloren gehen. Auch die Dorfbewohner beginnen zu verschwinden. Wir müssen herausfinden, wie wir Mini zurück ins Tal bringen können. Und mit deiner Hilfe können wir es schaffen. Ich muss zum Merlin gehen. Lass uns bald wieder darüber reden. Alles klärchen? Sehr schön. Ha. Läuft doch. Ha. Es läuft doch. Es läuft doch, Wunderbärchen. Es läuft doch, Wunderbärchen. Wunderbärchen. Ich stelle zehn Möbelstücke auf. Zehn Stück. Zehn Stück. Echt jetzt? Okay. Ähm. Ich brauche zehn Möbelstücke. Okay. Alles klar. Ich gucke mal, was ich im Inventar habe. Ja. Ich gucke mal, was ich im Inventar habe. So. Okay. Dann gucken wir jetzt mal. Warte. Hier. So. Zack. Möbel. Möbel. Notwendiges. So. Pass mal auf. Ähm. Habe ich hier irgendwas Interessantes oder so, was man auch draußen hinstellen kann? Ha? Ha? Irgendwas für draußen? Ha? Okay. Da schon mal nicht. Okay. Warte mal. Sonstiges. Nö. Das auch nicht. Okay. Teppiche. Zierpflanzen. Nö. Nicht wirklich. So. Beleuchtung. Kunst. Haushalt. Auch nicht. Telefon. Auch nicht. Tische. Tische. Habe ich irgendwas für draußen oder so? Ne. Okay. Ähm. Dekorationen. Nein. Dekor. Dekor. Okay. Okay. Hier. Guck mal. So was könnte ich doch hier rumstehen. Hier. Guck mal. So. Hier. So. Zack. Cool. So. Hat er das jetzt schon mal als 1 gezählt? Als 1 hat er es gezählt. Jawohl. Okay. Ich muss mal gucken. Bei, ähm, ähm, Dagobert. Ja. Ob er da irgendwas hat, was man zum Beispiel irgendwie draußen hinstellen kann. Das wäre doch bestimmt cool. So. Dagobert. Dagobert. Na? Da ist der Dagobert. Oh, ich der Dagobert. Guck mal hier. Ah. Es sieht so aus, als hättest du ein paar Probleme am schillernden Strand aus dem Weg geräumt. Gute Arbeit, Doktendo. Weißt du, das ist ein erstklassiges Grundstück am Wasser. Das heißt, du musst es ausbauen. Füge dem Strand deine eigene Note hinzu. Ich werde dir, äh, werde dir die richtigen Möbel besorgen, um ihn angesagt und trendy zu machen. Erholsam und entspannt zu machen. Aufregend und unterhaltsam zu machen. Natürlich erholsam und entspannend. Da. Das wird ihn sicherlich zu einem erstklassigen Reiseziel machen. Wie auch immer du es einrichtest, ich weiß, dass du es zu einem schöneren Ort machen wirst, an dem ein müder Geschäftsmann sich entspannen und sein Geld zählen kann. Aha. Ha, okay, alles klar. Aber jetzt brauche ich erstmal hier wieder, ne, hier, warte, aktive Aufgabe. So. Äh, der schillernde Strand, friedliche Wiese. So, okay, das machen wir jetzt auch weiter, ne. Das machen wir weiter. So. Hat du Möbel? Ha, hat du Möbel? So, pass mal auf. Pass mal auf, jetzt gucken wir. So. Ähm, ich würde gerne einige Dinge bestellen. So, pass mal auf. Kleidung, Möbel. So, okay. Notwendiges Sitzmöbel. Schauen wir doch mal. Was hast du denn da so im Angebot, hä? Was hast du denn da so im Angebot? Ähm, okay, 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 okay. Sehr schön. Okay, ich nehme mal hier den Stuhl. Ja, brauche ich mal so drei Stück von denen. Ja, so, sieht schon mal gut aus. Tische. So einen kleinen runden Tisch, das würde doch cool aussehen, oder? So einen kleinen runden Tisch. Ha, ha, ha. Okay, ich nehme den hier oben. Nehme ich den hier. So, okay, bestellen. Sehr schön. So, was habe ich jetzt noch? Gibt es noch irgendwas, äh, so lampentechnisch? Beleuchtung? Irgendwas für den Boden, was ich da hinstellen kann? Ne, ne? Gibt's nicht. Okay, alles klar. So, Tierpflanzen. So, okay. Oh, das sieht... Ne, aber das ist zu teuer. Das ist zu teuer. Okay, Notwendiges. Komm, wir gucken mal da nochmal, ob wir hier irgendwo was finden. Ja. So, okay. Hier scheint aber nichts dabei zu sein, ne? Hier ist nichts dabei. Schade, 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 schade. Dekor. Okay, 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 okay. Auch nicht. So, Dekoration, Tische, Betten, so, Lager, Geräte, Elektronik, Haushalt, Kunst. Kunst! Okay, bringt uns jetzt auch nichts. Okay, Kunst bringt uns auch nichts. Beleuchtung, Tierpflanzen, das hatten wir eben schon gehabt. So, Teppiche, Sonstiges. Sonstiges. Haben wir da irgendwas? Okay, aber das ist zu teuer. Das ist zu teuer. Okay. Okay, warte mal. Böden, Fenster, Landschaftsgärtnerei. Hier, guck mal. Da, hier. Nehmen wir uns davon auch eins mit. So, hier, guck, läuft. Okay, und dann habe ich schon wieder mein ganzes Geld verbraten, ne? Habe ich schon wieder das ganze Geld verbraten hier? Das gibt's ja nicht, du. Das gibt's ja nicht. So, ich habe mir nicht vor, ein bisschen was Schönes zu machen. Ja. Aber dafür habe ich leider noch nicht die passenden Sachen zusammen. Ist aber egal. Ist egal. Und zwar habe ich mir gedacht gehabt, hier an dieser Ecke würde es doch wirklich sehr, sehr hübsch aussehen, wenn ich einfach mal hergehe. So, Möbel. Ja, alles. Oh, pass mal auf. Habe ich mich hier robuster Stuhl? Ja. So, pass mal auf. Hier einfach so hin. So. Jawohl. Hier dann noch so einen hin. So. Zack. Einfach ein bisschen gemütlich machen, ne? So. Okay. So, wo ist der Tisch, den ich gekauft habe? Ha? Tisch? Tisch. Da ist der Tisch. Hier, guck mal. Da, mitten rein. So. Läuft schon mal. Cool. So. Was habe ich jetzt hier noch hier? So. Felsiges Gelände. Yay. Hier, guck mal. So. Mache ich nämlich jetzt hier so. Da hin. So. Und da hin. Hat man nämlich hier wie so eine Art Platz, ne? Das sieht bestimmt richtig cool aus. Okay. Mal raus. Wie viel fehlt uns jetzt noch? Oh. Wir bräuchten noch zwei Sachen. Noch zwei Sachen bräuchten wir. Oh. Oh. Okay. 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 Erstmal den hier wieder weg, ne? So. Hier. Sieht gut aus. So. Pass mal auf. Pass mal auf. Jetzt gehe ich erstmal hierher. Jetzt versuche ich erstmal nochmal was an Goofy zu verkaufen. Ja. So. Warte mal. Ähm. Verkaufen. Ja. Verkaufen. So. Das verkaufe ich jetzt. Ja. So. Zack. Ah. Hier. Zack. Das verkaufen wir. So. Was verkaufe ich noch? Was verkaufe ich noch? Okay. Das verkaufe ich alles nicht. Obwohl, die kann ich verkaufen. Okay. Alles klar. So. Verkaufen. Sehr schön. Kriegen wir schon mal wieder ein bisschen Money zusammen. So. Okay. Uh. Und ich kriege wieder Dreamlight. Hier. Guck mal. Oh. Ganz viel Dreamlight kriege ich. Ui. 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 Oh. Guck mal hier. Und. 10.000 geknackt. Yay. Und hier sammeln. Zack. Auch hier Korn. Ui. Hier. Guck mal. Da kommt gut was zusammen. Wir haben über 10.000 Dreamlight. Yay. Ich sollte wirklich dran denken. Dass ich vielleicht mal beim nächsten Mal hergehe. Und mir vielleicht dann nochmal. Äh. So ein bisschen. Äh. Irgendwie. Keine Ahnung. Hahaha. Uh. Hier. Guck mal. Marmorsäule. Oh. Das sieht doch bestimmt richtig cool aus. So. Hier. Guck mal. Setzen wir mal hier eine Marmorsäule hin. Oh. Das sieht doch cool aus. Oder? So. Okay. 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 Wo kann ich noch eine hinsetzen? Wo kann ich noch eine hinsetzen? Hä? Hä? Hier ist jetzt noch eine hin. So. Ach. Das sieht doch herrlich aus. So. Habe ich das nämlich fertig? Hier. Guck mal. Sprich mit Dagobert. Yay. Cool. Cool. Machen wir. So. Dann habe ich das nämlich auch schon fertig. Haha. Hahaha. So. Dagobert. Ich habe wieder einen Auftrag abgeschlossen. Ja. 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 So. Hier. Schönen Tag noch. Welch ein Glück. Was für eine hübsche Wiese. Aber du darfst es nicht dabei belassen, Doktendo. Wenn du weiter Möbel baust oder sie von mir zu einem vernünftigen Preis kaufst, wirst du die Wiese erstrahlen lassen wie das Gold in meinem Geldspeicher. So. Wieder eine Aufgabe abgeschlossen. Yay. Es läuft doch langsam hier. Es läuft doch. Ah. Ist das nicht herrlich? So. Okay. Stelle zehn Möbelstücke auf am Strand. Am Strand. Okay. Mal gucken, ob wir da auch was vernünftiges hinbekommen. Das wäre doch bestimmt lustig, oder? Das wäre doch bestimmt lustig. Was machen wir jetzt? So. Pass mal auf. Ja. Pass mal auf. So. Jetzt brauchen wir erstmal hier ein vernünftiges Grundstück. Ja. So. Pass mal auf. Gehe ich nämlich jetzt her und räume hier einfach mal ein bisschen um. Ja. Ich räume einfach mal ein bisschen um. So. Das Gute ist ja. Ja. Ich kann hier. Äh. Dings hier. Hallo. Äh. Hallo. Ach hier. So. Ich kann auch Sachen umsetzen. So. Guck da. Sehr schön. Sehr schön. So. Das tue ich auch umsetzen. So. Das tue ich umsetzen. So. Cool. Kann man nämlich alles umsetzen. Ja. 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 Äh. Hallo. Okay. Das kann ich jetzt nicht machen. Ist egal. Ist egal. Ist egal. So. Pass mal auf. Ich nehme mich jetzt mal her. Jetzt mache ich das hier erstmal weg. So. Sehr schön. So. Dann nochmal ab ins Baumenü. So. Wie viele Sachen soll ich denn hier hinstellen? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Warte kurz. Warte kurz. Hier soll ich hinstellen. Warte mal. Aktive Aufgabe. Das hier. Zack. Cool. So. Stelle zehn Mobilstücke auf. Zwei von zehn. Okay. Bräuchten wir noch acht. Da bräuchten wir noch acht. Okay. Kein Problem. So. Alles. Hier. Stellen wir erstmal hier ein paar schöne Säulen hin. Ja. Hier auch. So. Pass mal auf. Hier. Zack. So. Warte. 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 So. Dann hier hin. Jawohl. Cool. So. Dann hier hin. Cool. Und. Hier hin. Warte. So. Hier so rüber. Zack. Steht das schön im Viereck? Ich hoffe es. Ich hoffe es. So. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Okay. Warte. So. Warte. Ja. Das steht schön im Viereck. Jawohl. So soll es sein. So soll es sein. Okay. Habe ich jetzt da noch irgendwas, was ich hinstellen könnte? So. Rein theoretisch. Ja. Ja. So für die Gemütlichkeit vielleicht. Ja. So für die Gemütlichkeit. So. Pass mal auf. Hier. So. Da hin. Okay. Jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal. Okay. Hier Möbel. Alles. Okay. Boah. Ich mach's hier ganz gemütlich, du. Ich mach's hier ganz gemütlich. Hä? So. Hier haben wir schon mal zwei Stühle. So. Okay. Warte mal. Dann mach ich das jetzt so. Das dahin. So. Das dahin. Das hier so daneben. Cool. So. Stellen wir einfach mal hier einen Tisch hin. So. Guck mal hier. Sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. So. Hier. Kleiner Bücherstapel. Ja. Können wir hier auch hier noch hier oben draufstellen. Hier. Guck mal da. Coole Sache. So. Was haben wir hier noch so schönes? Hä? Was ich hier auch noch hinstellen könnte? Goldene Pflanze. Eine goldene Pflanze. So. Guck mal hier. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? So. Okay. Sprich mit Dagobert. Yay. Cool. So. Wir haben eine Aufgabe abgeschlossen. Yay. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Es läuft. So. Warte mal. Die Spitzhacke kann ich doch eigentlich mal weg. tun, ne? Die kann ich doch eigentlich mal weg tun. Die brauche ich doch gerade gar nicht. Warte mal. Okay. Mach schnell hier rein. So. Dagobert. So. Hau mal auf hier. Der schillernde Strand hat niemals besser ausgesehen, Doktendo. Vielleicht kannst du jetzt versuchen, im Ozean zu schwimmen, anstatt in einem Pool voller Geld. Oder ich könnte beides tun. Nichts entspannt mich so sehr wie ein Bart in meinem Geldspeicher. Ja. So. Coole Sache. Coole Sache. Coole Sache. So. Seht ihr? Haben wir hingekriegt. Haha. So. Jetzt hat natürlich Merlin auch wieder eine Aufgabe für uns. Ja. Aber die machen wir jetzt nicht mehr. Die machen wir jetzt nicht mehr. Ne? Jetzt will ich erstmal hergehen. Jetzt will ich erstmal gucken. Warte. 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 Ähm. Ja. Guck mal da. Da. So. Kann ich mich hier hinsetzen? Haha. Die Stühle sind zu klein. Hey. Cool. Die Stühle sind zu klein. Aber macht nichts. Macht nichts. Aber die Hauptsache ist. Wir haben es fertig gekriegt. Ja. Wir haben es fertig gekriegt. So. Jetzt schaut auf jeden Fall mal hier an der Seite. Ja. Weil hier an der Seite habe ich euch jetzt nochmal 1, 2, 3 Videos verlinkt. Genauso auch die Verlinkung zu meinem Hauptchannel. Wo ich täglich streame. Genau. Von 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr. So. Bleibt mir jetzt auf jeden Fall schön gesund. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Haut rein.